Wir haben auch öfters beim ARF beworben, die haben sich dann auch gemeldet und haben gesagt, ja wir brauchen einen Fernsehgebastel. Da habe ich gesagt, ja ich hätte eh Zeit. Ja dann haben sie auch gesagt, ich bin zu deppert dafür und wie spät ist es auf der Uhr. Da habe ich gesagt, halb zwei, dann bin ich gegangen. Aber sie haben gesagt, sie melden sich, wenn sie was haben, aber jetzt warte ich schon einige Jahre auch und ja, schauen wir halt mal.